Sehr schick und die Form sollen aber so laufen, also soll schon v-förmig sein oder ein bisschen gerade. Wenn ich v-förmig gehe, kriege ich hier vorne wieder ein bisschen mehr weg. Wenn ich gerade gehe, habe ich hinten ein bisschen mehr weg. Das kommt drauf an. Ja, dann machen wir v. Aber das ist zu wenig zum Vorhören. Brauchst du, dass der sich vorher packt? Ja. Den weißen hier. Geht so? Mhm. Und dieses Zeug für Dauerwelle, wie schädlich ist das für Haare? Also wie ist das für meine Haare? Naja, das ist auch nicht anders als Haare oder so. Also es ist halt klar, es ist schon nie so gut. Entschuldigung, muss ich noch rechnen. Können wir das? Ja. 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 Ja.